Das Einzige, was zählt, ist das Ende. Es ist der wichtigste Teil der Geschichte. Und dieses Ende ist wirklich gut. Es ist perfekt. Für Maud Rainey ist jede Geschichte wie ein Fenster in eine andere Welt. Doch manche Fenster sollten nie geöffnet werden. Sie haben meine Geschichte gestohlen. Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich kenne Sie, Mr. Rainey. Das ist, was zählt. Sie haben meine Geschichte gestohlen. Es ist schon ein erstaunlicher Zufall, dass sich die Geschichten so sehr gleichen. Ihr Tod wird ein Geheimnis bleiben, sagte Todd Downey. Der Kerl nennt sich Shooter. Vielleicht ist mein Name gar nicht Shooter. Hallo? Erinnerst du dich an meine Geschichte, das geheime Fenster? Wir zwei sind die einzigen, die davon wissen, stimmt's? Sie sind dabei leicht zu erschrecken. Du bist allein da draußen. Alles kann dir zustoßen und niemand wird es merken. Was wollen Sie von mir? Mein Ende der Geschichte. Ich will, dass Sie es umschreiben. Dieser Shooter ist nicht nur irgendein Idiot. Ich will wissen, womit ich Sie hier zu tun habe. Nein, das wollen Sie lieber nicht. Ich werde Ihr Leben niederbrennen mit allen Menschen darin, die Sie kennen. Wie ein trockenes Feld, durch das ein Feuersturm fegt. Das einzige, was zählt, ist das Ende. Der wichtigste Teil der Geschichte ist das Ende. Das ist das Ende. Der wichtigste Teil der Geschichte ist das Ende. Vielen Dank.